. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah ja, also ein Stück ist die nach dem Weg. Das ist eine große Alpi. Und dann ein Stück direkt. Ja. Oh, du wünschst dich nicht zu schwitzen. Das ist ja etwa hier. Was ist das? Das ist cool. Ah, das ist cool. Ich habe ihr schon lange mal geschrieben. Hey, komm dich mal zu. Dann habe ich mir gedacht. Das ist die 29. Dezember. Ist die Gefahr überall? Das ist die Gefahr überall. Ja. Weil ihre Eltern und ihre Zwillingsbräder sind eben auch aufgegangen. Jetzt konnte ich bei ihnen übernachten. Es ist eine Woche umfassend. Eine Nacht oder einen anderen Morgen. 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 Das macht mich auf dieser Wahnsinn da. Sicher, ja. Und nachher... Hey, wir sind gefahren, oder? Ich glaube, ich konnte uns weiter hier. Alles damit zählen. Ja, wir sind gefahren. Und sie hat noch nicht... Zwei, drei, drei, drei. Nein. Und schnell. Puh, du, ich habe knapp nachgegangen. Wahrscheinlich. Und weisst du, die Mutter auch. Meine Tante ist, oder? Ah, meine Tante. Ich habe mich nicht mehr geblieben. Nein, ich kann. Dann haben sie ausgezogen. Ich glaube, sicher. Ich bin sicher zur Rebike. Ich habe schon lange zur Rebike geholt, wo du sie jetzt auf die Dicht und weisst du jetzt durchgehst. Ach, sie haben wieder erwartet, dass du so reinkommst. Sie haben durchgehst. Weisst du, du kannst es wieder hinbekommen. Ja, wirklich? Ja. Weisst du, meine Cousinen voraus, gell? Ja, ja. Weil sie es nicht mehr wollen. Dann haben sie nicht mehr zu gewartet, was einfach eine Verzweigung war. Sobald ich dich nix bin, zack, weiter. So, äh, äh, äh. Geh die Hand. Ja, nein. Dich habe ich mir gesagt. Fardou, Fardou. Du kannst sicher nicht. Du bist so weit dabei. Ja, das ist so ziemlich. Ich war ja krass. Aber es ist cool, ja. Und dann haben sie sich fast entschuldigt, dass wir am Mittagessen reinkommen sind und nachher noch einen Kavi trinken. Dann haben sie gesagt, wir machen total Pause und ich so, das ist auch gut für mich. Ist auch okay. Wenn du siehst. Ja, aber ich muss schon anfangen. Das ist krass. Herrlich. Oh mein Gott. Ui, nein, krass. Das ist extrem lustig. Aha. Fantastisch. Es muss ja auch das Kursgebiet sein, Hinten, aber ich wüsste mich nicht. Ja, es ist auch easy jetzt. Ah, okay. Ich habe es gewusst. Ich weiss nicht. Jetzt kannst du fast nicht vorstellen. Nein, jetzt wirst du auch nicht liegen. Ich bin da. Und in der anderen Liste sind wir auch wirklich, ich weiss nicht wie viel Liste es sich da kürzt, kannst du nur einen Flughafen ziehen. Riesenbreitwüstung. Aber du kannst so ausweichen. Weisst du, sie haben sich gewusst. Ja, und die Tage sind wir da, dann da und da. Ah, prägt. Hey, das ist für den Platz. Und sie sind echt gut geworden. Und wenn du eben weit runter fährst, weisst du, man kann es weit runterfahren. Dann kannst du auch wieder laufen. Ja. Bin ich auch so. Ach, froh gewesen. Oh, das haben wir nie gemessen, dass es zu scheisse wird. Du. Du verweisen. Du holen. Nicht zu dumm. Leck. Ja. 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 Das ist geil. Ja. 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 Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020